Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Tengshu Wrath of Heaven. Und genau, wir haben ja beim letzten Mal die Kopie von Ayame besiegt. Und ja, wir waren im Bambuswald und das hat Tenrai natürlich ausgenutzt, das ist der neue Bösewicht hier, um mit seiner Armee einen Buddha-Tempel von Lord Goda zu infiltrieren und zu übernehmen. So, und wir sollen diesen Tempel jetzt befreien und ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal die Items für diese Mission mit. So, dann haben wir hier Ninja Rebirth natürlich. Da haben wir sieben Stück, das ist geil. Burns Fire, das nehme ich auch mal mit, das ist, glaube ich, nicht schlecht. So, braucht man bis egal, würde ich sagen, starten wir direkt. So, es geht nämlich direkt aus dem Bambuswald zum Buddha-Tempel. Genau. Viele Wege führen zum Tempel, ja, das stimmt. Ja, nicht viele Wege führen nach Rom, sondern viele Wege führen zum Tempel. Alles klar, dann würde ich sagen, schaue ich mich hier mal um. Aber warum habe ich jetzt hier Soundbugs? Hä, verstehe ich nicht. Oh, was ist das denn? Oh Gott. Schmeiß den Gift rein. Nein, nicht trinken. Ah, das hängt doch wieder gut an. So, er geht jetzt nämlich dahin. Oder was? Er geht dahin, okay. Und kill ihn! Kill ihn doch! Was machst du denn? Oh, Gott sei Dank, ey. Oh. Das ist bestimmt... Ist das ein Abgrund? Moment. Nee, es ist kein Abgrund. Den Giftreiz könnte ich mir theoretisch sogar wiederholen, aber nee. Aber da... Nee, was habe ich denn da bekommen? Es ist das... Ah, die Waffe. Okay. Nee, nee, nee. Ah, hier haben wir noch eine Höhle. Genau, es geht nämlich erst mal in die andere Richtung. Und was haben wir denn da? Nee, nur Feuer. Okay. Aber ich habe Schiss, hier reinzugehen, ganz ehrlich. Das ist bestimmt ein Fall, Luke, oder so. Ah, kann ich gar nicht. Kann ich gar nicht. Okay, ja dann. Da komme ich gar nicht rein. Na dann. Dann keine Ahnung, was die ist. Mö. Hm. Weiß ich nicht. Ja gut, dann gehe ich erst mal weiter. Einen Moment. Erst mal Mikro richten. So. Ich schaue mal, ob hier unten noch jemand ist hier. Hier ist bestimmt noch jemand. Und? Uiuiuiuiuiui. Ich habe so Schiss hier. Da rennt bestimmt irgendwo jemand rum jetzt. Ja. Ich wusste es. Frage ist, wo? Da vorne. Alles klar. Okay. Ugh. Deine Füße töten dich, okay. Boah. Ey, ich habe übelst Schiss hier, ey. Oh mein Gott. Oh, sehr schön. Oh, ich muss mich kurz konzentrieren, ey, weil... Ja, ne? Oh, sehr schön. Okay, den haben wir. So, hier war doch ein Heiltrank. Genau, ja. Da ist der Heiltrank. Sehr schön. So. Wie komme ich jetzt hier raus? Wie komme ich jetzt hier raus? Und was ist das hier überhaupt? Ah, ne, das ist nur... Komme ich jetzt hier irgendwie wieder... Ah, hier hoch. Alles klar. Dann gehen wir da hoch, bitte. Ah, er hält sich nicht fest. Okay. Nein, da dran sollst du. Genau. So. So, wo sind wir jetzt hier? Ah, wir sind ja hier wieder dann. Ja, okay. Oh mein Gott. Das ist ein Abgrund. Das ist ein Abgrund. Okay. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Boah. Und direkt ist er ein Gegner. Das ist so... Uff, da hinten. Da hinten, okay. Blasrohr. Nein. Nicht getroffen. Oh shit. Oh Gott sei Dank. Wettet denn, der kommt jetzt? Oh mein Gott, ey. Das ist vielleicht ein bisschen blöd gewesen. Nein. Nein. Lauf. Oh nein. Ah. Scheiße, Mann. Ja, was soll ich denn machen? Was machst du? Ah. Er hat ein Giftrohr. Er hat mich vergiftet. Ernsthaft. Du Wichser. Ey. Mann. Du Wichser mit deinem Giftrohr, ey. Alter. Wie lange hält das jetzt? Die Wirkung geht doch irgendwann mal wieder weg, oder? Ja. Sehr schön. Ah. Zweimal entdeckt, oder was? Ne. Einmal, glaube ich. Einmal nur bis jetzt. Aber was ist denn das hier? Hä? Was soll das hier sein? Geht's hier rein? Ah. Abgrund. Oh. Ich hasse Abgrundlevel. Ah. Ist das... Kann ich da hin? Ne. Ich glaube nicht. Ne. 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 Die sagen hier What a Night. Die sagen nicht Nice Night. Die sagen What a Night. Was haben wir hier? Einen Heiltrank. Sehr schön. Okay. Ist aber sonst nix, ne. So. Dann. Dup, 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 dup. Gehen wir wieder raus hier. Was ist das? Ah. Hier. Hier rechts hoch. Oh Gott. Da ist irgendwo jemand. Du. Wo denn? Oh. Junge. Das ist ja übelst krass hier. Wo ist denn der? Ist der dahinter? Ah. Aber der ist keine 70. Wo denn? Wer hat mich da entdeckt? Hä? Wer hat mich da entdeckt? Wer hat mich da entdeckt? Ah. Boah. 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 Ah. Du Penner. Ah. Ah. Scheiße. Er kommt mir echt so weit nach. Ey. Das ist ja. Und jetzt springe ich hier in den Abgrund oder was? Ja. Hahaha. Er ist selber in den Abgrund gesprungen. Ah. Ah. Boah. Ey. So eine Scheiße wieder. Wie oft wurde ich jetzt entdeckt? Zweimal wieder. Oder dreimal sogar jetzt. Ja. Dreimal. Aber das zählt immer wieder, wenn die mich wieder entdeckt. Ja. Ich weiß. Jetzt ist hier Alarmbereitschaft wieder. Da ist der nächste. Ja. Okay. Wenn der gegen die Wand guckt, dann ist der weg. Oder wenn der jetzt noch einmal rauskommt. Wenn der jetzt noch einmal hier noch hinkommt, ist der weg. Hm. Oder? Moment mal. Ja. Er kommt wieder hier hin. Wenn der da hinkommt, ist der weg. Yes. Okay. Ah. Nix sei. Ah. Hier kann ich sogar raus. Okay. Oh. 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 Nee, das interessiert den nicht. Schade. Okay. Dann muss ich warten, bis der sich beruhigt. Aber er beruhigt sich nicht. Beziehungsweise rumdreht. Ruhig ist er ja. Aber er dreht sich nicht rum. Aber wie soll ich den denn jetzt hier kriegen? Wenn er da die ganze Zeit seine Hampeleien macht, ey. Ah, ich bin so ungeduldig. Dreh dich doch rum. Nee, ich will ja nicht, dass es euch langweilig wird. Deshalb probiere ich es jetzt nochmal mit einem Giftreis. Moment mal. So, schmeiß den mal da hin. Dann sollte er sich doch jetzt bewegen. Ja, er kommt raus. Oh, nein! Warum? 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 Warum kommt er raus, ey? Beziehungsweise er, er kommt raus. Aber warum hat er ihn wieder nicht gekillt, Rikimaru? Warum töltest du ihn nicht einfach? Abgrund. Alter. Oh. Schaut mal, da oben ist noch was. Ah, das hat nicht so geklappt mit dem Typen, wie ich mir das vorgestellt hab. Ach du Scheiße, wie soll ich... Der hält sich doch nicht da fest. Ah, hier mach ich jetzt ab... Ah, nee, Moment. Ah, hier oben ist noch was. Schaut mal. Da kann man doch hoch. Genau. Was haben wir denn hier noch? Ah, nix oder was? Aber da kann man doch nicht umsonst hoch. Da muss doch... Ah! Da ist noch ein Gegner da hinten. So. Ah, das ist ganz schön schwer hier. Nein, nicht hochgehen. Ah, okay. Und, und, und? Natürlich dreht der sich wieder. Genau dann, wenn ich fast da bin. Du Wichser. Ah. Ah. Ihr nervt. Ja, ist mir jetzt egal. Trink halt. Ja. Verdammte Scheiße hier. Wie oft wurde ich jetzt entdeckt? Wo ist dieser Spasti da unten? Ja. Jetzt kill ihn! Mann, ey. Du Nutte, ey. So. Egal. Ich will ja nicht abgefuckt sein, du. Weil das Spiel ist echt geil. Das macht zwar übelst Spaß, aber es nervt mich halt, wenn... Wenn ich halt so unnötig entdeckt werde, ne? Aber naja. Hier haben wir doch noch einen. Ah, der pennt. Alles klar. Ja, dann. Weg mit dir! Hä? Was? Ist das nicht... Achso. Ich dachte, das wäre der gewesen. Ne, okay. Okay. Dann. Fail. Dann gehen wir wieder hier hoch und... Ah, über mir. Okay. Über mir ist der. So. Na dann. Frage... Oh Gott. Jetzt hänge ich hier und... Ne. Moment. Wo ist denn der? Da! Da links. Okay. Ich verstehe. Dann. Boah. 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 Alter. Ich dachte, ich wäre wieder in Abgrund geflogen. Scheiße. Oh Mann. Ich sollte vielleicht echt immer gucken, bevor ich irgendwo hinspringe. So, da ist der. Wenn du uns jetzt rumdreht, ist der fällig. So, weg mit dir. Mann. Es geht doch noch. Egal. Vielleicht, wenn ich jetzt alle kille. Vielleicht schaffen wir dann noch Großmeister. Ich glaube nicht. Ich glaube, das wird nichts. Wow. Okay. Ei, ei, ei. Ah, hier in der Höhle. Oder was? Was ist das hier? Ah, da oben. Alles klar. Ich verstehe. Da oben. Ja. Geh da hoch. Halt dich da fest. Naja, halte dich nicht fest. Problem kennen wir noch. So. Yes, sehr schön. So. Da kommt einer. Genau. Ich kann ihn zwar nicht genau sehen, aber ich weiß, dass der da steht. Und jetzt wieder langsam weg geht, hä? Oh Mann, ey. Ah! Oh Gott. Wie soll ich das denn machen, ey? So. Moment. Häng dich mal da fest. Ah, der hält sich da ja nicht fest. Jetzt geh da hoch, Mann. Ja, ich bin gerade ein bisschen konzentriert hier. Der hält sich da nämlich fest. Nicht fest, ey. Irgendwie muss ich doch an dem da vorbeigucken. So, jetzt bin ich hier ganz hin. Kann ihn vielleicht sogar beobachten. Ja. Ja, so. Da ist er wieder. Der komische Typ da, ey. So. Er hat's aufgehört, sich zu. Oh mein Gott. Oh Gott sei Dank, ey. Boah. Was war das denn für eine gemeine Kacke hier, ey. Richtig fies manchmal. Dieses Spiel, ey. Ah, ich bin aber auf dem richtigen Weg. Aber hier sind überall Abgründe. Ich hasse diese Abgründe, ey. Abgrundtief, ey. Oh Mann. Und dann dabei noch unentdeckt bleiben. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Ich musste doch erstmal gucken, dass ich nicht in den Abgrund falle. Die haben aber alle irgendwie Giftpfeile. Mein Gott, ey. Das geht doch nicht. Wenn hier überall Abgründe sind. Ah. Da muss ich hin, okay. Ah, links ist irgendwo noch was. Egal, trinkt das. Ah, Moment. Ne, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich wieder trinken. Egal. So. Äh. Ich gehe hier noch auf einen zu. Das heißt... Ah. Da ist ein Item. Das probiere ich mal. Komm. Nein. Boah, das wäre es jetzt gewesen. Wenn ich jetzt durch das Feuer... Für Shuriken, okay. Das hat sich aber doch ein bisschen gelohnt, finde ich. Das wäre es jetzt gewesen. Oh, so. Oh, ey. Diese Abgründe hier. Die machen mir so einen... Die machen mich so wuschig, ey. Da oben ist noch was. Ich verstehe. Okay, Moment. What a night. What a night, ja. Ich weiß, es ist schön hier, ne? Tch. Oh, so. Okay. Wo ist denn der? Hier rechts. Oder was? Ich habe keine Ahnung wo. Oh, Mann, ey. Was ist das denn? Für ein richtig mieses Level, ey. Ah, ja. Okay. 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 Harknie dich hier hin. Irgendwo hier ist... Ah! Da vorne. Okay. Wenn du jetzt hier hin... Ne, okay. Und, ja. Geschafft. Sehr schön. Okay. Weiter geht's. Immer weiter, immer weiter. Vielleicht schaffen wir es noch mit... einer guten Statistik. Der ist bestimmt oben, oder? Ne, unten irgendwo. Überall Abgründe. Boah. Richtige Paras hier schiebe ich gerade, ey. Die Frage ist... Ne, hä? Die Frage ist ja jetzt, ne? Wo ist der nächste? Wo ist der nächste, ja. Unter mir! Aber wie kann denn unter mir was sein? Moment mal. Kann man hier runter... Ne, das wollte ich nicht eigentlich. Ah, hier unten ist noch was. Schaut mal. Hier unten. Aber dann muss ich irgendwie runterkommen. Ne, hier komme ich. Ne, das fällt nicht runter. Hier. Okay. Hier. Boah. Ich habe immer Schiss, dass hier ein Ab... Boah. Ja, fast wäre ich nämlich reingefallen. Seht ihr? Fast wäre ich reingefallen. Und wenn der Eimer nicht betätigt, der Knopf, ne? Aber da komme ich doch her. Moment mal, da komme ich doch her. Nein. Da komme ich doch her, hier. Ne, ne, das ist... Das ist nicht das. Halt dich da jetzt bitte fest, ey. Ach, sehr schön. Okay. Aber... Hä? Moment mal. Ist da unten vielleicht irgendwas? Ne. Hä? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Das ist nämlich nur ein Abgrund. Ah, ich lasse die... Hä? Oder... Moment mal. Das kann doch nicht sein gerade. Ich höre die hier links. Hä? Wenn ich jetzt hier runterspringe, dann bin ich im Abgrund. Das will ich eigentlich nicht. Ich gucke nochmal eben, ob da hinten noch was ist. What a night, ja. Du und deine night, ne? So, gehen wir hier runter. Da ist doch nix. Junge. Oder was ist das denn da? Ne, hier ist doch nix. Oder soll ich das mal versuchen? Moment mal. Oh, soll ich das echt mal versuchen hier? Mich da dran zu hängen? Das ist ja verbunden hier mit, ne? Vielleicht? Ich habe jetzt hier mal... Ein... Oh! Boah! Was passiert denn, wenn man da dran... Da sich dran hängt? Nix. Okay, schade. Ne, das hat... Das hat es nicht gebracht. Okay, dann... Geh da mal wieder hoch, bitte. Oh, ey. Nö, dann weiß ich nicht, wo die sind. Dann gehe ich jetzt weiter. Dann habe ich jetzt geguckt überall. Dann gehe weiter. Keine Ahnung, wo die sein sollen. Irgendwie hier voll 70 und so, aber irgendwie hier drunter. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Vielleicht komme ich da ja gleich noch hin. Wer weiß. Aber jetzt wieder aufpassen. Jetzt ist ja wieder neu alles. So, dann gehen wir weiter. Ah, hier kommt... Ah, sie seht ihr. Da kommt man nämlich später noch hin. Ah, da unten. Ah, okay. Nein! Boah! Der wollte sich schon wieder rumdrehen. Der Penner hier. Ah, der wollte sich schon wieder rumdrehen. Ja, 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 ja. Bestimmt wieder Abgrund, oder? Abgrund, ey! Das ist ja wohl die Höhe. Und hier auch, oder was? Ja, hier auch. Oh, Mann, ey. Ah, ist das mies. Ist das gemein. Muss ich hier überhaupt hin? Ich muss hier überhaupt nicht hin. Die Frage... Ah, ich muss verstanden... Ah, okay. Ist doch wahrscheinlich dieser Typ eben mit 60. Ja. Dann geht's da wahrscheinlich. Irgendwie weiter, aber... Da komme ich von hier nicht hin, ne? Ne, geh mal wieder hier raus aus dieser Falle. Oh, dann geh mal weiter. Ah, ja, okay. Ja. Alles klar, dann. Boah, ich muss mich grad übelst konzentrieren. Bin ich nämlich wieder hier in der Stelle. Damit wir hier nicht... Damit ich hier nicht runterfalle, irgendwie. Und? Und geh da hin. Sehr schön. Ah! Nein! Ah, das ist doch wieder so ein Penner. Fuck. Da ist er doch. Ein Wichser, ey. Da hat er mich direkt entdeckt, Mann. Direkt. Da ist er doch. Dieses Arschloch, Alter. Oh, Giftreis. Oh, dann warte ich jetzt einfach ab, bis der sich den Giftreis nimmt. So. Ja. Er kommt nämlich... Schnell schritt es auf mich zu. Da ist er doch. Und er ist voll auf den Giftreis fokussiert. Ja. Und... Sehr schön. Geil. Okay. Sehr geil, wenn das so klappt. Oh, und den Giftreis kann ich auch wieder nehmen, oder was? Ja, da. Oh, sehr geil. Sehr geil. Ah! Ich bin hier in der Nähe vom Ziel, ne? Was ist das denn hier wieder? Ne, da will ich nicht hin. Da war ich doch schon. Oder muss ich da hin? Ich muss da, glaube ich, sogar hin, ne? Ja, dann. Ich weiß, hier ist noch einer mit 40 irgendwie. Keine Ahnung, wo der sein soll. Ah, hier hinter wahrscheinlich. Ne, dann geh wieder hoch. Müssen wir doch wieder da hinten hin. Okay, dann machen wir das mal. Junge. Oh, das ist wieder ein Abgrund. Fuck. Aber die Frage ist... Boah, was ist das denn? Boah, wie gemein. Wie fies ist das hier? Trau ich mich das, oder was? Ja, ich muss mich trauen, wahrscheinlich. Boah. Alter Schwede. Was ist das denn? Das ist ja übel hier. Boah. Das ist jetzt nicht deren Ernst, oder? Moment mal. Da hinten. Oh, hier mache ich aber mal ein Safestate. Auch wenn ich ihn hoffentlich nicht benutze. Geh da hin. Nein, was soll das denn? Ah, wie krass. Ich muss... Ah, ne. Da. Da hinten kann ich mich hinhangeln. Boah. Alter. Boah, was ist das denn hier? Das ist ja übelst krass hier. Ich habe gerade übertrieben Schiss hier. Ich muss da runter. Oh, sehr schön. Boah, geschafft. Ah, das ist ein Heiltrank. Sehr schön. Aber den brauche ich jetzt eher weniger. Ich brauche eher nur ein Level ohne Abgründe. Das ist so krass hier, wirklich. Ah, hangeln. Ah, ich muss mich hier hin. Hangeln. Okay. Und dann noch unentdeckt bleiben. Oh, Mann, oh, Mann. So. Boah, was ist das denn? Das ist ja richtig übel hier. Die wollen mich hier ein bisschen verarschen. Können das da hinten? Denkst du war noch nie so krass. Na gut, aber das ist halt die neue Version. Wo muss ich denn hier hin? Da hinten, da hinten ist ein Gegner. Ah, aber wie soll ich hier hinkommen? Ah, Moment mal. Da hinten. Ah, toll. Wie soll ich jetzt hier hinkommen? Nee. Boah, doch. Okay. Uff. Hier ist nur der Heiltrank drin gewesen. Ich überlege gerade mal, wo ich hier noch hin könnte. Nee. Ganz ehrlich, ich habe keinen Plan. Wo soll ich hier noch hin? Hier ist nur der Heiltrank. Hier ist nicht mehr. Nee. Kann man hier vielleicht irgendwas kaputt machen? Nee. Nee, kann man nicht. Ja, ich weiß, dass deine Füße dich vernichten, aber... Ich habe gerade ein anderes Problem. Wie komme ich da hin? Vielleicht... Oh, Gott! Vielleicht... Äh... Ist das hier eine Sack... Ist das hier eine Sackkasse oder was? Das hier scheint echt eine Sackkasse zu sein. Oh, Mann. Moment mal, da ist was Rotes. Da ist was Rotes. Halt dich da jetzt bitte fest. Nee, aber das ist... Ah... Ah... Oh mein Gott, ey! So. Nee, ich muss wirklich hier wieder raus. Oh, Mann. Okay. Tut mir leid, wenn ich wieder ein bisschen hänge. Aber... Ja. Boah. Diese Sprünge hier, ne? So. Nein, geht doch nicht. Und direkt wieder hier... Ah, das geht hier nicht. Okay. Ich verstehe. Dann geh halt so hin. Du sollst dich da festhalten, Neki-Maru. Dann muss ich hier wieder raus. Ich muss hier wieder raus einfach. Okay. Oh, ist das krass gerade. So. Äh. Was mach ich jetzt hier? Hallo? Huhuhuhu. Geh mal wieder hier weg. Ah, nee, das... Nee, das geht so nicht. Okay. Nee, okay. Dann. Ich weiß nicht, wo ich hier hin muss. Keine Ahnung. Das ist irgendwie komisch gerade. Ich glaube, die wollen mich hier ein bisschen echt verarschen oder so. Wo... Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Äh. Ah, okay. Okay, ich verstehe. Ich muss einfach... Springen! Uuh. Oh. So. Okay. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Jetzt hänge ich hier. Jetzt hänge ich hier. Ich kann doch im Sprung meine Richtung nicht ändern. Ah, 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 ah. Wie soll ich das... Das geht doch nicht. Das ist doch unmöglich gerade. Oder was? Oder nicht? Moment. Nee, ich hab ne andere Idee. Ich geh mal wieder da runter. Alter, ist das heftig hier. Und dann jetzt halt von hier... Da hinten hoch. Wenn er das macht, ey. Wenn er das macht, ey. Ja. 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 Du bist da. Vielen Dank.